1 hallo und herzlich willkommen zum dritten Part so der dritten Part ich wollte kurz sein sein um ja um ich war mal wieder mal so ich steig habe den alles so weil mir langweilig war ja danke für seine Sachen ja natürlich gerne aber diesmal sind wir alleine ja sie sind wir alleine ich weiß was hast du hast du irgendwas was ich frage Wartenmann er hat kein Frieden ja jetzt gleich wenn ich stelle nicht was auch es ist ein Schlag zurück okay es war nur ein Schlag ich sterbe ich sterbe nicht n da ein kleiner Pussy schlug alle Arbeiten vorgab haben besprochen ich liebe dich warum ein Schlafen worden ist so witzig ach 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 krank nun passen geht er viel ab nur nur und er hat gesagt nur gut zuerst in der Ruhe schauen schaum schaum alles sehr wichtig im Schaum gut und bei mir lecker ist und ich weiß nicht warum ja hier er hat gesagt die Aufnahme gemacht hätte ob die Europäer in Aufnahme altkaufen Prozent sind ausländisch fast zu einfach diese kommst du schlägst es wird mit morgen ein paar andere das Wort in Ordnung dann lassen aber unnötig auch auf Wartemann Schleifern er war auch nicht aufnehmen nach egal ist auch unwichtig machen wir in der nächsten Folge Let's Play zum Gäste aber aber ich habe es ein Wettbewerb an mit mir die Masse noch zu nutzen die Masse noch zu uns klären wenn du es und noch so eine Planeur und ich wir sind eins Lallala Lala die Mieter Schaufel in deinem Traum Nein ich mach dir selber Nein okay hier warte wo bist du ich bin das Abkopf ich bin ja da würde ich mal sagen hiermit beendet die Aufnahme weil der Ali zu feige ist was das was man hat und was es beendet wenn er warum weil du geboren abgehauen bist nein ich bin aber noch hier an was ich auch beendet Prozent Höhe 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 Zuschauer typisch lehren dich aber nicht abonniert bitte Leute nicht mehr ab und in hieber er hat großen dann wenn er dann nicht also ich war schon mal muss höllisch auf ihn er läuft schnittes besserer er hat die Anliegen der Moor mit Ali ich habe ein eigenes Anliegen ja beim Spieler ist es so als menschlich auch so ich habe einen anderen sagt Nürnberg jetzt spielst du ja dann hat es nur aber das meint er sich nicht abonnieren die Begegnung der großen Fehler das ist wie bei einer wie bei er nicht mehr viel geboten so ab das heißt der Leiterin die Zollin aber ich kann doch dann nicht ab und nicht ab und nicht ab aber nicht auf ihn er hat doch nun schaue ich nur er aber nicht ein kleister er denkt er nicht zu werden das ist schon mal ein Punkt ich heiße ich kann mir fest er so ein Trottel er sagt so war das zu mir das richtige bis zu einer Base nein ich hab zu wenig Redstone und das hat ganz ehrlich sein haben wir sind voll langweilig aber auch nicht mehr hast du das Spiel und er hat sich die überlegen überlegt was in die die ich gucke mal kurz nach oh leck 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 lm als ich fragen wollte leckleck kenn ich nicht nein hast du Stil was ist das was in der Zuschauer das ist schon mal ein Punkt das beweist das Lernbund ja ich weiß nicht was du mit Steam Mainz darum ja hier so eine Seite keine Ahnung wie so eine Seite du machst mich grad ab, ne? nein ich bin grad am Worpshop und toll mir Redstone die Pornhue was hast du da gesagt? das das ich bin aber nicht da o o o o o o o o ja Jolo und ich würde was sind warum sagen ich mich nicht immer die Jolo das ist die Idioten auch überhaupt was es heißt nee einfach so und voll die cool sein wollen weil es andere Leute sagen Jolo er ist sich statt jetzt Döner eine Karte nicht bei uns beim Punkt alles meinte den zu wenn es bis zum Punkt wenn nicht und gar kein Wort ist anstrengend Regen mein Damen und Herren liebte um abonniere mich wenn es ist er ist abonniere es ist sechs ich bin er hat auch abgab und abgab und abgab und wir sehen uns im nächsten paar abgab nein Prozent was denkst du abgab was glaubst du das ist sicher aber er sagt man kann aber auch auf der Kunde nein nein ich habe nicht beendet er hat ab zu werden okay ich versuche ich habe nicht beendet A ich bin nicht versinnlich gegen und schlacklich wie lange dauert dann noch was nicht wie lange dauert dann noch mal sehen ich mache noch zwei eine Minute also bis zehn also das ist zehn ist deutsch zu groß ja mit einem Leckmisch am Sack Hallo ein was ich hab nix gesagt mit Schwerden ich hab mich gehört ja genau aber noch mal die Aufnahme wo war es so sagt man ja mann welchen Stadtteil Berlin ihn das war aber was machst du da Prozent Kassel nach einer anderen er war eine Ernst und gar nichts den Ereignisse der Welt der Lern was muss da wenn ich mich jetzt treiben lassen aber ich bin noch auf ja ich habe ich kann verkehren abgängig wer noch einmal sehr auch nicht die Backe ja ich bin mein Damen und Herren ich würde sagen die Beenden heute die Aufnahme und wir gehen lieber auf dem anderen Server, damit wir hier nichts anfassen, oder? Jetzt? Ja. Hast du einen Kanal? Einen Kanal oder so? Ja, ein richtig guter sogar. Egal. Soll ich sagen? Sag. Und dann, nee, gibst mir nicht. Schreibst du mir in die Beschreibung. Aber einen Kanal von dir, meine ich ja nicht von irgendeinem... Ach so meinst du also... Ich von irgendeinem Homo-Pimmelpirat, den ich schon nie mein Leben gesehen habe. Ja, okay, wir beenden jetzt die Aufnahme. Ich bin Jesus. Du bist du, du bist du, du bist du. Du bist du, du bist du. Okay, hiermit beenden wir die Aufnahme. Moment. Mohamed Ali, verabschiedet sich Leute. Bis Leute. Hallo, aufnahme, wir enden. Okay, ciao, bis zum nächsten Video. Ach ja, ich werde ein Video in die Beschreibung stellen. Mein erstes Let's Play von diesem Server. Wo ich vollidiot vergessen habe, das Mikro anzuschalten. Ja, genau. Tschö, mit Öl. Danke.